Hallihallo, Hallöchen. Da sind die zwei Villen wieder. Wir sind hier auf Kalkilas. Oh Gott, kann man gar nicht sehen, äh lesen. Kilasisa Koka-Plantage, keine Ahnung. Naja, hier. Ja, genau so, ja. Wie sollen sie mal erkunden? Also, schleichen wir uns da mal rein. Mal schauen, was da auf der Koka-Plantage los ist. Die könnten uns auch Rebellenunterstützung noch. Uns kommen lassen. Ne, jetzt meinst du das ein bisschen früh. Ne, jetzt noch nicht. Ne, ne, ne. Wir schauen erstmal, was hier los ist. Ja, ich soll ja erkunden. Warte mal, wir tun erst mal Drohnen. Drohnen, nicht. Setze Drohne ein. Setze Drohne ein. Oh, Gefangene sind hier auch. Das sind Gefangene, ja. Da eine. Noch eine, mittendrin, im Feld. Noch eine. Noch eine, noch eine. Oh, wie sollen sie jetzt säubern? Die Plantage. Also, alle weg. Noch eine. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango's. Da sind keine mehr. Ah. Hier drüben nix. Ne, das Radar ist jetzt, also, sieht aus, als wenn hier nix weiter kommt, ne. Also, sieht so aus. Ne, sieht so aus, ja. Das sind wohl die einzigsten, die hier rumlaufen. Ja. Okay. Ja, können wir gleich mal mit dem Sniper. Wenn wir so weit kommen. Mal gucken, wie weit die überhaupt sind. Na, hier sind noch Büsche vor. Das ist auch wieder doof. Du weißt ja, wenn du durch die Büsche schießt, dann bleibt die Kugel komischerweise immer. Hey, gut. Richtig anvisieren kannst du auch nicht. So, wir schleichen mal hier so langsam. Ja, so. Wie weit ist denn dat? 200 Meter. Auf so. Ja, so. In etwa. Sollte eigentlich passen, ne? Na ja. Nur nicht bewegen, mein Junge. Ach, der bewegt sich wieder. Okay. Der nicht, oder? Ne, der nicht. Ach, das ist scheiße hier. Bist du weiter oben noch, oder wann? Ja, ja. Hier oben ist es nicht so gut. Ich sag ja, wenn du weiter hoch bist, dann sind die ganzen Büsche dazwischen und... So, der geht da hin. Der hockt da hinten. 280 Meter. Oh. Flop. Huui. 280 Meter. Schoss. Und dat mit der Steinschleuder hier. Steinschleuder ist richtig. Wie weit ist der 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 andere dann entfernt? 342, dat wird nix. Tango ist laut. Aber gerade so. Der erste ging vorbei. Gerade so, ja. Der erste ist vorbei. So. Die anderen sind hinter dem Berg. Hm. Da müssten wir uns mal... Nehmen wir uns erstmal die Links von uns, also genau drauf zu. Die nehmen wir uns erstmal vor. Ich werd mal die Lama auspacken erstmal. Mal sehen. Ob wir das so hinkriegen, dass wir kein Alarm auslösen. Dass hier keine Verstärkung kommt. Koka-Plantage. Können wir ein paar Koka-Blätter in den Maul stecken, hier? Ah. Hallo. Oh. Da ist noch irgendwo einer, die wir nicht... Ich nehm mal ne Pistole in der Hand. Die muss hier irgendwo sitzen. Die haben wir nicht aufgedeckt. Oh. Ich erkenne eine kleine Gruppe sein, da. Hasten? Hasten? Jupp. Oh, ich tu noch mal wieder. Das ist keiner, da ist keiner. Sind die jetzt alle wieder hochgelaufen? Da oben sind... Einer. Ja, die sind irgendwie wieder alle hochgelaufen, ne? Ja. Na gut. Schläucheln wir mal da hoch... Durch die Koka-Felder. Da ist aber einer bloß. Mal gucken. Da muss auch noch einer sein, den wir noch nicht aufgedeckt haben. Hier unten irgendwo. Ist das jetzt auf dem Scheißhaus oder was? Großes Gebiet. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango aus. Ah, können wir jetzt mal wieder aufdecken hier alles. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Hier ist eine. War schon viele noch hier unterwegs. Hast du schon welche frei gemacht? Nee. Ja, ja. Meinst du jetzt befreit, oder? Ja, ja. Nee, 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 nee. Noch nicht, noch nicht. Hier kommt einer zum Hubschrauber. Tango getroffen. Gut, der ist tot. Okay. Ich weiß nicht, wenn wir die jetzt befreien. Nicht, dass die denn hier Alarm auslösen, weißt? Ich mach einfach mal. Mach einfach mal. Da ist keiner drin. Ach so? In dem Ding. Toll. Lass uns mal zum Hauptweg gehen. Nach rechts. Außer der eine kommt hier hoch, oder was? Warte mal. Ich schau mal, ob ich den da wünsche. Das sind eins, zwei, drei, die da unten sind. Gott. Der ist weg. Hat keiner Lärm ausgelöst, oder? Nee. Da oben ist noch so viel rot. Ja, da ist er. Vielleicht sollten die doch erstmal unten alles klar machen. Okay. Der ist weg. Mach erstmal hier oben. Da hat die uns nicht in den Rücken fallen, weißt? Ah. Mach's mit laut, ohne Schalldämpfer, oder was? Nee, nee, nee. Der hat auf mich geschossen. Ach so. Jetzt ist er so. Okay. Ich schleich mal zu dem anderen hin. Versuch die mal zu umgehen in der Coca-Plantage. Oh man, wo ist er denn? Ganz schön ügelig hier. Ist er in Berg hochgeklettert, oder was? Ja. Der ist, äh, links von dir. Ja, ja. Ich laufe ihn immer hinterher. Ja, ja. Jetzt ist er weg. Oh, der hat mich gewirrt. Naja. Pistole war ihm gerade ganz schön schlecht. Ja, ja. Warte, wo bist du? Sind da viele? Ich bin da oben. Nee, da ist einer jetzt. Eine Person. Nee, hat er nicht genutzt. Hat nicht genutzt. Schade. Ich hatte gerade die Wiederbelebungsdrohne, aber der hat dich wieder irgendwie nicht... ...wieder nicht... ...belebt. Das ist die Entfernung zu groß. Na, ich bin eigentlich schon direkt rüber die geflogen. Oder weil da Gegner in der Nähe waren. Ich weiß es nicht. Achtung, vor dir. Ja, ich weiß. Ich komme jetzt geflogen. Nee, warte, warte, warte. Nein. Die Drohne ist oben. Nein. 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 Das merke ich mal. Danke. War doch eigentlich so wie vorhin auch. Was sind die gelben Punkte? Ja, ja. Eliminieren. Achso, da sind noch Gegner. Okay. Okay, die sterben ein bisschen langsamer. Ich bin schon wieder tot. Das gibt es doch nicht. So. Abgeschlossen. Wir ziehen ab, aber ich... Jetzt bin ich da zweimal gestorben tot dabei. Das gibt es ja nicht. Hast wieder gestanden, oder? Nee. Ich bin nicht schnell genug weggekommen, der hat eine Granate geschmissen. Ah. Das ist das, wenn du kauerst, weißt du? Ja, gut. Mal gucken, ob hier noch was gibt. Ich glaube aber nicht. Aber erst mal Munition auffüllen. Munition können wir auffüllen, ja. Ah doch, hier gibt es noch Ressourcen. Koka. Ach. Da sind sie. Den Nachschub. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Mann, hier ist ein Verkehr. Ein Verkehr. Dimension. Oh. Ja. Gefangene? Gibt es die Gefangene? Ja doch, da ist noch einer drinne. So. Ging doch recht zügig. Wo sind jetzt Munition? Da oben wo du warst. Ja. Hier oben. Ja, ich bin nicht hier. Da oben ist Munition. Hier. Ja, ja. Hier. Ja, ja. Ja, gut. So. Dann können wir uns eigentlich von hier aus wieder weitermachen. Ja. Ich schaue mal auf der Karte. Ist hier noch was? Nee. Nö, hier ist nichts weiter. Dann könnten wir rein theoretisch da hinten hin. Lagerengpässe. Zerstören sie die Coca-Vorräte. Okay, ist alles das gleiche. Die drei Dinge. Oder... Oh. Jetzt bin du. Auf der Karte im Norden. In dem Gebiet. Nördlich. Wo wir jetzt sind, da ist doch nichts. Nein, nicht da wo wir jetzt sind. Weitere Höhe auf der Karte. Ach da. Da wo die drei... Das sind drei Einsätze. Nee. Denk mal so. Lagerengpässe. Ja. Sind eigentlich die gleichen. Oder wir nehmen den, der da rechts davon ist. Salazar. Der fährt. Genau. Schnappen sie sich Salazar. Ja, dann machen wir den. Hubschrauber. Hier gibt's Hubschrauber. Ja, das sollte man... Meinen. Ach, weiter runter. Weiter unten ist der Hubschrauber. Ja. Na dann. Ab da hinten. Komm, der hier. Wo kommt. Ja, ja. Hey, Servus. 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 La Viva. Revolution. Yay. Ziemlich auch Revolution. Ja. So. Na dann. EWI einsteigen. Ziemlich viele Blinker und Knöpfe hier drin. Ziemlich viele Blinker und Knöpfe hier drin. Ziemlich viele Blinker und Knöpfe hier drin. Gell. Da kannst du feuern damit. Rechts und links hast du Railguns. Ja. Nur nicht immer aus dem Moment. Aber ist ja nicht viel bei Breakpointed. Denkt man, da musst du wieder rein irgendwo und... Was zerstört. Ne, da steht zerstören sie die Krupa wohl. Ja. Ist ja richtig. Aber das werden wieder irgendwo irgendein Gebäude sein. Das kann schon sein, ja. Ja. Kannst doch nicht denken... Machen wir das Gebäude wieder. Ja, eben. Ich geh mal runter. Da ist ein Hubschrauber. Ja, ich geh schon runter. Ist ja UNITAT alles. Ja. Da drin ist überall UNITATze. Ja, da drin sind bloß Rote. Ist ein UNITAT Hubschrauber. Ja UNITAT Hubschrauber. Aber da unten, die Feinde sind doch alles normal Rote. Das sind Rote, ja, ja. 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 Eben. Das ist ein Rote. Rote. Normalos. Normalos. Ja. So. Sollten wir glaube ich erstmal wieder Ausrück schaffen, ne? Dafür stücken wir da rein. Ja, dann geh auch, ja. Bevor wir da mit Freude schrein, reinstürmen. Guck mal hier vorne, es ist schon eine Dichte. Ja doch, komm. Drohle raus. Oh, gestört. Ja, pack doch mal. Und. Oh. Meine Drohle wird gestört. Ich empfange gar nichts. Meine Drohle wird gestört. Scheiße. Kannst du auch die Aufklärung machen? Aufklärung, Aufklärung. Ja. Also Tab und. Äh. Tab. Aufklärung bin ich beim Machen, ja, aber das neun ist jetzt prozent. Achso, dann gilt das für uns beide wieder. Ja. Das kann man nicht einzeln machen. So, der Scharfschütze ist schonmal weg da oben vom Turm. Aber wir können ja Unterstützung oder Ablenkung holen, ne? Ja, das kann man. Zwei. Erstmal wieder mit der Drohne, macht sich am besten. Die anderen. Umgad Außen-Kundschaften. Was wollen wir denn holen? Ablenkung oder? Achso. Achso. Ich würde sagen, Versteigung. Die lenken dann ab. Ja. Ja, denke ich schon. Na gut. Ach, jetzt ist der da vorbeigelaufen. Scheiß. Wie vorbeigelaufen? An einer Kugel vorbeigelaufen? Ja, der geht immer zwischen den Häusern durch. Ja, ich sehe gerade. Ja. Ja, leise müssen wir reingehen. Wir nähern uns dem Ziel. Ja. Mann, durch so einen Güterbahnhof kann man verdammt viel Ware schleusen. Früher wurden hier Kaffeebohnen für Jappa-Kaffee verladen. Jetzt nur noch Coca-Blätter. So, ich geh mal mit der Pistole. Wir müssen den ganzen Bereich an Coca-Lagern absuchen. Vor allem die Lagerhäuser und das Hauptgebäude. Wenn ihr was findet, vernichtet es. Verstanden. An die Arbeit, Leute. Gut. Gut. Ah, der Generator ist da hinten. Okay. Ich geh mal zum Generator, wenn es geht. Und nicht auffallen am besten. So, zwei ist ein Tod. Oh, wir fahren auch noch Züge. Wir müssen auch noch Züge aufpassen. Ja. Oh, der läuft weg. Warum läuft der weg? Oh Gott, ich blutze! Au, der an mir ist... Krüppel, Krüppel. Ah. Oh, sind gleich so viele hier. Dann können wir ja die Lame auch auspacken, wenn du schon... Ja, jetzt können wir ja... Jetzt sind wir ja auch. Können sie Lame auspacken. Hier sind viele. Die kommen auch von hinten. Pass auf, die kommen auch von hinten bei dir. Ich, 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 beim Radar. Ich hab' ich mal so versteckt. Bleib mal ruhig. Ja, bleib ruhig. Wenn du gut versteckt bist, kannst du ruhig bleiben. Hu, hu, hu. Ge depende! So, ich komm' jetzt zu dir. Okay. WUSTE WUSTE So, jetzt brauche ich keine Rücksicht mehr nehmen, die tun uns ja schon angreifen. Ups, Mörse oder was ist das hier? Jaja. Was nutzen die Mörse? Ja, der hat mir jetzt erwischt. Jetzt wird mal eine Leiche da nochmal hochgewirbelt, jawohl. Pass auf, pass auf, da sind alle bei dir, also. Ja, ich frage mich gerade, wo der ist, ach da unten. Ja. Unter den Gleisen. Oh, jetzt ist er ganz... Alter jetzt. Ist noch einer da. Jaja. Oh, jetzt bin ich auch so. Ah! Ah, Mist. Aufgefallen, da kommen sie gleich alle an da. Uiuiuiuiui. Jaja, da kommen sie dann alle. Jo. Da würde ich doch mal fast sagen, wir machen hier einen Cut. Und dann schauen wir mal, da kannst du noch ein bisschen Schokolade fruttern. Hahaha. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, da müsst ihr wieder einschalten, um zu sehen, ob wir das da hinkriegen am Güterbahnhof. Ja. Dann danken wir für's Einschalten, für's Zuschauen. Ja, und wenn ihr mich unterstützen wollt in den Kanal, dann einfach mal unten in der Videobeschreibung reingucken. Über ein Like würden wir uns freuen. Und über ein Abo natürlich auch. Dann sagen wir mal, tschaui. Tschau, servus. kommst. kommst